Ach, für dich ist es also überhaupt kein Problem, dass wir keine Kinder bekommen können? Natürlich ist es ein Problem. Ich kann keine Kinder bekommen. Das ist für jeden Mann ein riesiges Problem. Na, dann sind wir uns ja einig. Ja, über den Kinderwunsch. Aber wie du das Problem angehst, das ist völlig falsch. Du bist kalt. Du bist so kalt. Oh, Clara, hör mal. Du willst ein Kind bekommen und ich kann keine kriegen. Das ist die Situation. Aber das hier kann nicht die Lösung sein. Ich sehe mich einfach nicht in dieser Rolle. Wir müssen darüber sprechen. Gar nichts müssen wir. Natürlich müssen wir da...